Heute bei Merkeln-Kaufen-Wohn. Elisabeth aus dem eleganten England ist ganz begeistert von der Saarschleife. Sie freut sich über die Gastfreundschaft der Saarländer. Aber die Märklerin hat einen düsteren Plan. Sie will der eloquenten Elisabeth ein baufälliges Haus im blöden Berlin andrehen. Hier, guck. Spiegel. Oh, marvellous. Tisch und Bild. Den Typen da hinten kannst du auch behalten. Alles weiß gestrichen. Macht es dich dreckig. Oh. So, Terrasse haben wir auch. Well, and there is the Tsar. Da hinten, musst du richtig gucken. Von da nach da. Kann man alles platt machen. Und hinter dem Hügel, da ist der Fluss. Hier können deine Hunde auch alles vollscheißen. Well, sind wir hier denn wirklich im Saarland? Ja, ja, Saarland. So, hier jetzt einfach hinsetzen. Ich hole den Vertrag. So, jetzt kaufst du das hier. 13 Millionen Euro. Aber nix hier drinnen dreckig machen. Das bleibt alles weiß. So nice. Alles weiß gestrichen. Oh, marvellous. Ja, die Hunde musst du draußen lassen. Hm. Macht man das so im Saarland? Ja, ja, Saarland. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.